Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ui, Bu, ist ein Gespenst. Bu! Bu! Darf ich fragen, was das werden soll? Tja, mal sehen. Abnehmbarer Kopf, gruseliges Geistergeheul. Ich bin der Schlossgespenst, Superhirn. Ein echtes Gespenst? Ich dachte, wir kuhnen immer nur so. Ich werde so gruselig sputen, das hier, das hier, das hier. Ah! Hupen! 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 Willkommen auf unsere romantische Schütte. Romantisch wird es sein, wenn mein Architekt hier fertig ist. Ui. Juli. Oh, oh. Oh, oh. Ich, Julius. Julius, oh. Ich bin gleich da, Julius. Oh, 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 oh. Vor allem Respekt, aber diese Grau ist für kommende Erbs. Definitiv. Vorsicht! Eimer! Oh! Hui! Hui! Du sollst es mit dem Spuchen endlich aufhören. Du hast andere Talente. Julius, seid ihr sicher, dass euch nichts fehlt? Gesetzt. Ich werde euch ihn grundsum Boden spucken. Hui! Buh! 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 Der letzte Stündlein hat geschlagen. Julius? Oh, wo bin ich denn hier gelangen? Gastelan? Hallo? Oh! Komm mir vielleicht mal jemand? Hui! Buh! Buh! Buh!